Am 18. April werden Markus Hoffmann und ich in der Braintalk-Reihe über mein neues Buch sprechen. Es heißt Elternjahre, wie wir mit Kindern leben, um uns selbst zu verlieren. Es ist nicht, wie von mir gewohnt, ein Managementbuch, sondern ein Erziehungsbuch, aber auch eigentlich ein Beziehungsbuch, also geschrieben für Eltern, die sich im Familienalltag selbst nicht aufgeben wollen. Die zentrale These ist, jedes Kind hat ein Recht auf glückliche Eltern. Das halte ich allen Erwartungen gegen, die heute auf Eltern lasten. Kinder sollen so früh wie möglich gefördert werden. Väter und Mütter sollen sowohl perfekte Eltern sein, zudem beste Freunde ihrer Kinder, Familienmanager und auch noch erfolgreich im Beruf. Doch wer sich im Suchen nach der vermeintlich richtigen Erziehung verliert, der läuft nicht nur Gefahr, das eigene Wohlergehen zu vernachlässigen, sondern auch das Wohl der Kinder. Deshalb plädiere ich dafür, als Mutter oder Vater die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, denn nur wenn wir uns gut um uns selbst sorgen, können wir auch gut für unsere Kinder sorgen. In meinem Gespräch mit Markus Hoffnern diskutieren wir die wichtigsten Fragen, die das Leben mit Kindern aufwirft und die uns helfen, Antworten zu finden, mit denen wir uns und unseren Kindern das Familienleben leichter machen. Sprechmann Sprechmann Sprechmann